Die drei noch. Alles in den Park für mich. Wer ist dritter? Hey, Janssen! Alter Lümmel! Janssen, du alter Lümmel! Sieger hier oben, gelassen! Und was sagst du dazu? Als Frau zu. Wir gratulieren dem Zietag der Startnummer 1, Stefan Janssen aus Euskirchen auf der PURRO-MBA. Wir gratulieren dem Zietag der Startnummer 1, Gerhard Bender aus Reutlingen aus seiner eigenen Konstruktion. Glückwunsch der Startnummer 2, Alfred Weigl aus Winterbach auf der Weigl-Spezial. Glückwunsch auf seinen etwas jüngeren Bruder, meine Startnummer 3, Gerhard Weigl aus Schornhoff, ebenfalls Weigl-Spezial. Und Glückwunsch der Startnummer 9 für den fünften Platz, Wieswig Rothmann aus Lahr auf der Lugow-Backer-MBA. Applaus Ja, komm, komm, komm. Das war alles krass.